Hallo zusammen, Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin hier mit einem tollen Video. Heute werde ich ein wunderbares Video über Özge Gürl und Serkan Keoglu mit Ihnen teilen. Bevor Sie zu unserem Video übergehen, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, mein Video zu liken und zu teilen. Freunde, Serkan Keoglu und Gürl, die als eines der beliebtesten Paare des türkischen Fernsehens gelten, haben kürzlich ein Statement zu einem Thema abgegeben, das die Medien und ihre Fans mit Neugier verfolgen. Er erklärte deutlich, dass er beschlossen habe, Serkan Keoglu und Özge Gürl trotz Gerüchten über eine Trennung der Interessen an einer Ehe nicht aufzugeben. Das Wiedersehen des Paares, das schon lange zusammen war, in türkischen Fernsehserien brachte ihnen in den Augen des Publikums einen besonderen Platz. Allerdings sind sie jüngst mit den Scheidungsvorwürfen in den Vordergrund gerückt. Diese Gerüchte besagen, dass sich das Paar getrennt habe, doch die jüngsten Aussagen von Serkan Keoglu dementieren diese Gerüchte. Serkan Keoglu sagte während des Interviews emotional folgendes. Özge ist für mich ein ganz besonderer Mensch. Wir haben beide schwierige Zeiten durchgemacht. Aber wir wollen unsere Liebe nicht verlieren. Ich werde den Zorn nicht aufgeben. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Wir müssen diesen schwierigen Prozess bewältigen. Diese Worte zeigten, dass ihre Liebe und Hingabe zueinander immer noch stark war. Özge Gürl hat einen Beitrag geteilt, der die Aussagen von Serkan Keoglu unterstützt. Liebe sollte schwierigen Momenten immer standhalten. Serkan ist für mich sehr wertvoll und ich freue mich, mit ihm zusammen zu sein. Diese Aussagen des Paares sorgten bei ihren Fans für große Freude und zeigten, dass sie entschlossen sind, ihre Beziehung fortzusetzen. Vielen Dank, dass Sie sich mein Video angesehen haben. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns in neuen Videos. Und der Ich weiß nicht in neuen Videos. Ich habe Vielen Dank.